Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, heute vor 75 Jahren wurde der erste Bikini in Paris vorgestellt. Die Geschichte des Bikinis ist ja schnell erzählt. Wieso? Es gibt doch nur wenig Stoff. Ha, ha, ha. Ich trage jedenfalls lieber Badeanzug. Aber hast du doch die ideale Freibadfigur. Danke. Also mit einem breiten Becken. Einmal die Vier und die Schwimmnudel hier. Momentchen mal bitte. Stefan, mein Freund hat ja gestern zu mir gesagt, dass mein Bikini zwei Größen zu klein ist. Unvorteilhaft aussieht und überall klemmt. Hast du da auch rumgeflinnt? Nee, ich hab gesagt, dann soll er ihn halt nicht anziehen. Also eine Stunde Brustschwimmen verbrennt übrigens 531 Kilokalorien. Zügiges Kraulen sogar 900 Kilokalorien. Cool. Ich kraul jeden Abend meine sechs Katzen. Lass mich raten. Zum Seepferdchen machen hast du dir damals einen Sattel mitgebracht. Als Tankstellenbetreiberin hast du eh keine Zeit ins Freibad zu gehen. Schon klar. Was schon klar? Du bist lieber dick im Geschäft. 312 Euro. Sammeln Sie Weight Watchers Punkte. Haben Sie eine Slim Fast Card oder sind Sie im Free Willy Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich bei Hitradio FFH. Und mit allen anderen Highlights im Guten Morgen Hessen Podcast. Bei FFH im Web und in der App.